So, Viererfeld, außer Stonauts, keiner dabei. Stonauts hinter mir. Deriskender der Kar Kirsty, außer Stonauts, der Ops, sorry. Was zu schnell, in der ersten Kurve bist du auch zu schnell rein, falschen Winkel hier dasselbe. Weiter nach außen, langsamer rein, schneller raus. Ich gucke dir nix, rüber. Dritten Gang beibehalten. Ich gucke dir nix, rüber. Ich gucke dir nix. Wenn du nicht, rüber. Das ist aber Zeit. Jetzt ist es wieder auf der Bremse. So, guckst du. Langsam rein. Schaltung, Gas geben. Bremsen. Kommt sehr früh aus oder ewig. Wir hinbleiben. Wir rüber. Wir hinbleiben. Wir hinbleiben. Laden sein. Wir rüber. Wir rüber. Gas weg. Freitepunkt. Nicht erwischt. Gas geben. Dann passt das auf. Wir rüber. Wir rüber. Wollen lassen. Gas geben runter. Wollen lassen. Gas aus. Ja, kommt es gut. Das ist schon fertig. Wollen wir mal sehen. Zwei Gänge, um den dritten und vierten. Wollen lassen. Schalten und das Leben. Wollen lassen. 185, 186. Bleiben. Fast viel nachgegeben von der Bremse. Wollen. Und jetzt du. Wollen. Noch eine Runde gucken. Wollen lassen. Wollen lassen. Wollen lassen. Wollen lassen. Was rüberkommen. Langsam. Mega schlecht erwischt. Wollen lassen. Wollen lassen. Hey, hey! Ich habe mich verlebe gerade, wir haben eigentlich gestern bei dem Ruta ausgemacht. Ist jetzt nicht gleich zappen Lust, aber wir hier. So, jetzt du. Das ist ja eher schon. Noch ein bisschen mal zusammenarbeiten. Das ist ja schon ein bisschen der Higgs. Das ist jetzt hier komisch auszuholen. Ah, bis zu weit links. Ah, jetzt kackt. Ja, ich habe es geahnt. Ja, sorry Jungs. Ich wusste, ich habe gestern irgendwas mit 2230 den Router ausgeschaltet. Tut mir leid.